Pop-up-Radweg gefährdet Brandschutz, wenn der Platz für die Feuerwehr fehlt. In Berlin-Charlottenburg wurde kürzlich ein Pop-up-Radweg eingerichtet, um die Sicherheit von Radfahrern zu verbessern. Allerdings wurde dabei ein Teil der Straße blockiert, der normalerweise als Rettungsweg für die Feuerwehr genutzt wird. Dies hat bei den Anwohnern Ängste ausgelöst, da im Falle eines Brandes die Feuerwehr möglicherweise nicht rechtzeitig ankommen könnte. Die Feuerwehr hat bereits Bedenken geäußert und fordert, dass der Radweg verlegt wird, um den Brandschutz nicht zu gefährden. Die Anwohner befürchten nun, dass ihre Wohnungen aufgrund der fehlenden Rettungsmöglichkeiten gesperrt werden könnten. Es zeigt sich also, dass scheinbar kleine Entscheidungen wie die Einrichtung eines Radwegs weitreichende Auswirkungen auf die Sicherheit haben können. Es ist wichtig, dass bei solchen Maßnahmen immer alle Aspekte berücksichtigt werden, um potenzielle Gefahren zu vermeiden. Es zeigt sich, wenn es ein paar Jahre alt ist, um die Hände zu vermeiden, um die Natur herumkurtierungen anzulegen, um die Natur herumkurtieren zu vermeiden. Es zeigt sich, dass der Radweg in den Rettungsmöglichkeiten ausmöglichst. Vielen Dank.